Moin moin, hier ist wieder euer Susako und ich war mal wieder mit BigMacPlatin unterwegs in Hochfels für ein paar Erfolge. Heute stelle ich euch Waffenbrüder vor. Bezwingt die Orgon-Zwillinge in Hochfels auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher, ohne dass ihr Gemütszustand 30% übersteigt. Ich will ehrlich mit euch sein, ich habe keinen Plan. Nein, Spaß. Ja, die haben da so eine Art Buff-Leiste und die füllt sich. Und ich glaube, die darf nicht über 30% kommen. Ich kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen, weil der Erfolg ist im Grunde genommen relativ simpel. Ihr seht es ja, die beiden Tags schnappen sich die, ziehen die ungefähr hier, wo Rot ist hin. Alle Spieler, wirklich alle stehen dort und dann wird er einfach nur noch umgebürstet. Soweit ich weiß, hat das was mit dem Ansturm von dem Dunkleren zu tun. Das müsste Poll sein. Und ja, aber das kommt gar nicht erst, wenn man halt alle Spieler zusammen so hinstellt, wie wir es tun. Und daher wirklich easy. Ihr seht ja, wir hauen ihn um. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Nachmachen und abonnieren, kommentieren, liken, wenn es euch irgendwie geholfen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin Tschüssi Kowski und viel Erfolg.